Hallo, du findest diesen Kurs interessant? Dann schau mal, was du hier genau lernst. Werde durch gezielt geschulte Kompetenzen neuster SAP-Standards zur gefragten Beraterin. In diesem Kurs erfährst du, wie du komplexe Prozesse im SAP-System abbilden kannst. Zur Anpassung bestehender SAP-Systeme lernst du geeignete Methoden kennen. Unter Anleitung unserer kompetenten SAP-TrainerInnen wendest du hier deine Fähigkeiten direkt im SAP-System an. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie gut deine Jobchancen damit sind. Sie sind gut, schau mal hier. Nutze diese Spezialisierung für deine Karriere im internationalen Softwaremarkt. Werde Teil der deutschen Erfolgsgeschichte. Lass dich über die SAP SE extern zertifizieren und sichere dir ein höheres Einkommen durch die hoch angesehene Qualifikation. Profitiere bei WBS Training von mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Live-Online-Weiterbildungen. Wie unsere 30.000 Teilnehmenden pro Jahr in 3.000 zertifizierten Kursen, die bis zu 100% gefördert werden. Du benötigst mehr Informationen? Kein Problem. Hier findest du alle nötigen Infos für deinen Kurs. Viel Erfolg! Werde jetzt SAP-BeraterIn. SAP-Systeme. 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 Vielen Dank.